Für Deutschlands Verbrecher wird ab sofort die Zeit noch knapper. Warte weg! Gehört! Was hier? Gehört jetzt uns? Ich darf weiblich, ne? Ey! Bingo! So, das ist die Tatwaffe. Das wird geklärt. Moment mal, jetzt sind wir erstmal dran. Was? Wir fangen jetzt nur dreiviertel Stunde früher an. Dann aber los! Deutschlands erfolgreichste Ermittler rücken näher zusammen. Montag bis Freitag ab 17 Uhr in Sat.1.